Heute sind wir in Bonn, da findet nämlich die Animatik statt. Und eigentlich hatte ich gedacht, dass ich gar nicht kommen kann, aber es hat sich jetzt anders ergeben. Und deshalb bin ich heute mal geheim unterwegs. Ich habe mir mal ein altes Sasuke Cosplay geschnappt, dazu noch meine Fallout-Maske. Und werde mich mal heute auf der Kombisten rumtreiben und ein paar meiner Freunde versuchen zu täuschen. Mal gucken, ob die mich erkennen. Ich hoffe mal nicht. Und dann werde ich am Ende des Tages das dann auflösen, falls ich nicht erkannt wurde. Ein Fehler, den ich immer mache, sind meine Schuhe. Deswegen habe ich die Schuhe jetzt einfach mal ausgezogen und bin jetzt einfach barfuss unterwegs. Und normalerweise hieß es, dass es bewölkt wird und nicht so warm, aber ja, ich werde wahrscheinlich schwitzen. Keine Ahnung, mal gucken, wie lange ich es aushalte. Wird ein sehr lustiges Video, denke ich mal. Dann gehen wir mal los zur Animatik. Wir begeben uns jetzt schon in die Richtung der Animatik, beziehungsweise auf der Straße. Man sieht weit vor mir schon mehrere Cosplayer. Das sind die wahrscheinlich nicht so. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt bin ich mittlerweile schon zwei Stunden rumgelaufen so, hab mir jetzt gerade auch die Schuhe weh angezogen, weil die Socken total durch sind und das tut einfach nur weh beim Laufen, deswegen ging es anders, also wenn man sich jetzt spätestens alle erkennt, ist es dann auch egal, wenn es an den Schuhen liegt, aber wie ihr schon gesehen habt, ich habe schon jetzt einige von euch getroffen und gut getrollt und keiner hat es gemerkt, also ich bin schon mit der Anzahl zufrieden, ich würde aber jetzt gerne auch mindestens noch zwei, drei Leute finden. Ich habe soeben mein Vorleses-Opfer gesehen, Yassid, jetzt bist du dran. Schön dran vorbeigelaufen, aber ich werde mich jetzt zu der Stelle hier hocken, wo er die in der Gänzzeit ist. Oh Leute, das war einfach jetzt zu gut, ich habe mich umgedacht, das ist der übelste Creep, aber das war ich. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Ich muss mich jetzt von hinten anschleichen. Ich muss mich noch, wie ich es war. Ich hab nicht gedacht, wie ich es lege. Es gibt eine Seite im Schlaaschen. Das ist die Seite im Schlaaschen. Hiiii! War mir eine Leute geben? Nein, das ist nur meine Sachen. Heyaa. Heyaaa. Heyaaa! Heya! Heyaaa! Findest du eigentlich Nils? Ne, das ist Nils. Ich habe auch noch nie. Hallo Nils. Das ist der Cousin von dir. Hallo. Was ist das? Was ist das? Das Foto. Ich dachte, ich bin richtig gut. Du hast es im Video. Hi. Du warst schon mal bei mir. Aber nicht ohne Maske. André. Du hast es die ganze Zeit hier. Ja. So. Ich möchte in deinem Video drin sein gleich. Du bist jetzt im Video. Ohne Ankündigung. Einfach drin. Weil bitte schminkt. Scheiße. Das hat mir aber ich auch schon gesehen. Nein. Geh weg. Ich bin die ganze Zeit halt so rumgelaufen. Warum? Du musst dich nicht verstecken. Du warst letztes Jahr auch in diesem Cosmic-Videos. Nein. Jetzt habe ich den Prank offiziell aufgelöst. Ja, aber ich fühl's wahrscheinlich aus. Oh mein Gott, ich fühl's wahrscheinlich aus. Guck mich doch mal an. Was vieles nackt wird. Wenn vieles nackt wird. Was wird nackt? Ich weiß nicht, ob dein Leben noch nackt wird. In diesem Video vielleicht nicht. Der nächste. Ja. Hab ich mal gesagt. Ich bin nicht hier, weil ein Überraschung. Prank. Prank. Okay. So. Hat die Fresse. Hier. Nippler als Entschädigung. So. Hinter mir sehen wir noch die ganzen anderen vielen Besucher, die jetzt noch bis abends auf Animatic bleiben. Ich verabschiede mich jetzt schon um knapp 17 Uhr. Ich glaube, mein Prank-Video ist gelungen. Es sind alle drauf reingefallen. Es war sehr lustig. Ich hab's mal ein paar aufgelöst. Die anderen haben es jetzt gesehen in diesem Video. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Und ja. Ich hoffe euch hat's gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao. ruhig, ruhig, ruhig... Untertitelung des ZDF für funk, 2017